Totte, du hast deine Rückkehr gegen Uerding. Wie fühlte es sich, dass du endlich wieder auf der Piste auf der Piste zu sein? Es fühlte sich sehr gut, dass ich endlich zu spielen konnte. Ich hatte keine Angst. Das war wirklich gut. Und das zwei Testspiel, die wir hatten, fühlte sich auch sehr gut. Es war großartig. Du sagst, dass du nach dem Spiel gegen Uerding in beide Testgaben in der internationalen Break gespielt hast. Wie wichtig ist diese Zeit auf der Piste für dich? Es ist sehr wichtig. Es ist besonders wichtig, dass du ein Minute in meinem Körper bekommst. Natürlich kann man trainieren, aber ein Spiel spielen ist sehr unterschiedlich. Es ist sehr wichtig für den Körper und den Kopf. Ja, bevor du ein Injury für fast acht Monate hatte, warum war es so hart und warum dauerte es so lange zurück? Es gab viele Fragen. Erstens, als ich das Injury bekam, sollte es einen Monat dauern. Aber dann sagten sie, dass ich muss operieren und dann wird es noch ein Monat dauern. Aber es gab nicht so viele Dinge. Es war korrekt. Es dauerte eine sehr lange Zeit und das Injury war sehr schlecht. Ja, wegen Ihrer Injury hatte du auch einen Monat von der Weltkup. Das war sicherlich frustrierend für dich. Wer oder was hat dir geholfen, während dieser Zeit? Ja, natürlich war es sehr schade, dass ich nicht gehen konnte. Aber ja, wie ich gesagt habe, ist es immer so, wie es ist. Ich konnte nicht so viel machen. Ich konnte nur nach Schweden nach Hause bleiben und bleiben da und mit meiner Familie und Freunde bleiben. Das hat viel geholfen. Aber natürlich war es sehr schade, dass ich nicht da sein konnte. Aber ja, Leben geht weiter. Jetzt bist du zurück. Viele Fans haben ihre Hoffnung in dir geholfen. Wie verhältst du dich mit den Erwartungen? Es ist immer gut mit den Erwartungen. Natürlich. Ich möchte einfach fit sein. Und ich kann das Team helfen. Natürlich, das ist jetzt das größte. Aber ich brauche Zeit. Aber natürlich möchte ich das Team helfen. Natürlich, ich mache mein Bestes. Wie funktioniert es mit André Schubert? Und welchen Rolle möchte er auf dem Team spielen? Es funktioniert sehr gut, ich würde sagen. Wir haben eine gute Kommunikation über meine Erwartungen. Wenn es ein Tag schlecht fühlt, dann sprechen wir über das. Wenn es gut ist, dann ist es gut. Aber wir haben immer eine gute Kommunikation. Wir werden sehen, was der Rolle sein wird. Aber jetzt haben wir eine gute Kommunikation mit uns. Er ist ein guter Trainer. Jetzt wissen Sie die 2. und 3. Liga in Deutschland. Wie verhältst du die Unterschiede zwischen ihnen? Es ist schwer zu sagen. Ich habe ca. 20 Minuten gespielt. Aber natürlich gibt es eine Unterschiede. Aber es gibt auch die Similarität. Aber das Tempo ist natürlich ein bisschen höher in der 2. Bundesliga. Aber es gibt auch gute Spieler in der 3. Liga. Es ist eine sehr starke Liga. Aber natürlich ist es ein bisschen höher in der 3. Liga. Aber es ist noch eine gute Liga. Also kommen wir zum nächsten Wochenende. Oder zum nächsten Wochenende. Du spielst am Wochenende in Münster. Sie sind 2. in der Liga. Und in einem wirklich guter Mood. Was ist wichtig für das Spiel gegen sie? Es ist wichtig, dass wir mit einem guten Spielplan haben. Wir haben sehr stark trainiert. Diese zwei letzte Woche. Ich denke, wir werden gut machen. Wie wir gegen Osnabrück hier am Hause haben. Wir haben ein sehr guter Spiel. Die waren in der ersten. Aber wir haben ein guter Spiel. Ich denke, wir haben jede Chance für ein guter Spiel. Okay. Letzte Frage. Was sind deine persönliche Gäste für die nächsten paar Gäste? Was ist das? Dass ich mich auf die Gäste gewinnen und die Spielplanung bin. Das ist das Ziel. Okay. Dann, danke. Und guter Glück auf dem Mondag. Danke. 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 Danke.